Viele kleine Unternehmen trauen sich nicht, ihre Einzigartigkeit zu zeigen und kopieren stattdessen irgendwelche Trends. Langweilig. Um kreativ Kunden zu gewinnen, habe ich ein Werkzeug entwickelt. Sieben unterschiedliche Kartendecks mit Impulsen. Wenn du bei mir einen Workshop buchst, bekommst du dein Deck zum Brainstorming und anschließend besprechen wir unsere Ideen im direkten Austausch. Du verrätst mir, wo du hin willst und ich gebe dir handfeste Tipps, Erfahrungswerte und frische Ideen. Gemeinsam finden wir entzündenden Namen, ergründen deine Alleinstellungsmerkmale, erarbeiten eine einprägsame Marke, entwickeln einen einzigartigen Look, planen eine ausgefallene Kampagne, gestalten dein Angebot attraktiver oder machen dein Unternehmen nachhaltiger. Mit diesen kreativen Impulsen fängst du frische Fische.